Musik Hey Leute, willkommen zurück bei Einfach Chadi. Wir alle wissen doch, für welchen Zweck Kondome geeignet sind. Aber was kann man mit diesen glibberigen Dingern eigentlich noch einstellen? Ich hab mich umgesehen und verschiedene Einsatzgebiete dieser gefunden. Hier sind 8 coole Kondom-Life-Facts. Let's go mit der Nummer 8. Fuß gestoßen, dann nimm ein Kondom, Haltstopp, füll es mit Wasser und leg es ins Kühlfach. Das elastische Gummi sorgt dafür, dass das Kondom nicht platzt. Und wenn es gefroren ist, kannst du deine Füße kühlen und die Schmerzen sind wie weggeblasen. Weiter mit der Nummer 7. Du willst Feuer machen, aber hast nichts, was dir helfen könnte? Falsch! Nimm einfach ein Kondom und fülle es mit Wasser. Halte es so, dass das Sonnenlicht durch die linsenartige Form des Kondoms gebündelt wird. Durch die gebündelten Strahlen entsteht so eine enorme Hitze, dass du damit Feuer machen kannst. Und Nummer 6. Du hast eine Wunde oder eine frische Tätowierung und es darf auf gar keinen Fall der Schorf abgehen. Schneide einfach die geschlossene Seite ab. Jetzt kannst du das Kondom wie ein Schweißband über die Wunde legen, ohne dass es nass wird. Und die Nummer 5. Nimm ein altes Stück PVC-Röhre und ziehe das Kondom über die eine Öffnung. Nun fülle ein paar Softair-Kugeln in das Rohr und dann nur noch spannen und loslassen. Zombie-Apokalypse? Ich komme! Und die Nummer 4. Du bekommst eine Konservendose nicht auf, weil deine Hand immer vom Deckel rutscht? Dann lege einfach ein Kondom auf den Deckel und versuche es nochmal. Wie einfach war das denn? Nummer 3. Du sitzt am Büro am Computer und nach kurzer Zeit beginnt dein Arm, egal wie er liegt, wehzutun. Fülle einfach Kondom mit Wasser und lege es unter deinen schmerzenden Arm. Schon wird dein Arm dank des mit Wasser gefüllten Kondomes gestützt. Cool, oder? Nummer 2. Du willst in der Dusche mit deinem Smartphone schreiben, aber hast keine Lust auf einen Wasserschaden? Dann nimm einfach ein Kondom und ziehe es über dein Handy. Knoten rein und schon kann das feuchtsfröhliche Chatten beginnen. Cool. Und zu guter Letzt die Nummer 1. Zerkleinere ein wenig Alufolie und fülle sie in einen Glasbehälter. Nun schütte Salzsäure dazu. Kondom über die Öffnung spannen, Knoten rein und einfach fliegen lassen. Bei dieser chemischen Reaktion entwickelt sich ein Gas namens Erectonium. Dieses ist leichter als Sauerstoff und kann deshalb schweben. Und da bin ich auch schon wieder am Ende. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns, ihr wisst, morgen Adventskalender. Morgen kommt der 4. Und einfach dranbleiben, abonnieren, Benachrichtigungen aktivieren. Und folgt mir einfach auf den weiteren Social Networks. Und bis dann. Peace.